hi freunde und willkommen zu einem weiteren the witcher 3 wild hunt guide hier auf meinem kanal und zwar zeige ich euch wie ihr an das verbesserte greifen stahlschwert kommt beziehungsweise silberschwert ich zeige euch mal den ort auf der karte ist gar nicht so schwer zu finden ist sind wählen am besten seid ihr hier in mittelheim oder hier ja hier in mittelheim geht von da aus hier rüber zu dem punkt wo ihr dann auf einem banditenlager trifft die müsst dann natürlich erstmal alle soweit erledigen wenn wir die soweit erledigt habt sind da hier rum hier sind dann auch noch mehr banditen die erledigt ja auch noch gleich noch mit am besten habt ihr dann marionette ausgestattet so dass die gegner sich gegenseitig zerfleischen trennt dann hier die treppe hoch hier ist die kiste und hier befindet sich dann auch das verbesserte legendäre greifen silberschwert und jetzt wünsche ich euch viel spaß beim selber holen bis dann freunde tschau